Was geht ab? YouTube, YouTube! Guck mal hier, ein kleiner Weihnachtsmann. Was geht ab Leute? Willkommen in einem neuen Video von mir. Ja, lange habt ihr nichts mehr von mir gehört. Das ist schon ein Weilchen her, also wenn wir hier mal schauen, so das letzte Video vor zwei Monaten. Ja, das ist nicht so gut. Das ist mir bewusst, Leute. Aber ich habe auch meine Gründe dafür, warum, wieso, weshalb ich aktuell keine Videos hochgeladen habe. Und um es mal kurz zu fassen, was alles in diesem Video announced wird und was in diesem Video geschehen wird. Ich werde ein bisschen Realtalk halten mit euch, warum, wieso, weshalb. Und ich habe noch ein kleines Special für euch, ein kleines Christmas Special. Bei dem ihr was gewinnen könnt am 24.12. in meinem Livestream. Wir gehen gleich näher darauf ein. Erstmal der Realtalk. Ja, Leute, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Was ist hier los? So, das Ganze sieht wie folgt aus, Leute. Ich war ja überwiegend das Jahr arbeitssuchend, habe jetzt endlich Arbeit bekommen, bin jetzt bei der Deutschen Post DHL Group. Ist coole Arbeit, ist eine gute Bezahlung auf jeden Fall. Nur wie ihr euch denken könnt, Leute, ist zu Weihnachten bei der Post sehr, 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 sehr viel los. Und somit muss ich Überstunden schrubben. Ich nehme da auch jede Überstunde mit, weil das gibt ja extra Kohle. Und da ist halt sehr viel los. Meine Arbeitszeit sieht so wie folgt aus. Ich fahre ungefähr so um 21 Uhr abends, 21.30 Uhr fahre ich auf die Arbeit. Um 22 Uhr beginnt die Schicht. Und dann bin ich so bis 7, 8 Uhr, halb 8 meistens so auf der Arbeit. Gehe dann nach Hause, bin dann morgens früh um 9 zu Hause und genieße dann meinen Feierabend. Gehe dann so meistens um 12, 13 Uhr pennen und schlafe dusch bis abends und gehe dann wieder auf die Arbeit. So, das ist mein Rhythmus aktuell. Und da habe ich nicht den Elan und die Kraft, Leute, noch irgendwie Videos zu machen. Also es schlaucht mich momentan sehr. Das will ich damit sagen. Ich hoffe, ihr habt auch Verständnis dafür. Wie ihr jetzt zum Beispiel hier bezüglich der YouTube-Projekte sehen könnt, Leute. Wir sind bei Prison Architect zum Beispiel bei Folge 99. Für die 100. Folge habe ich mir was Spezielles, was Schönes, was Tolles ausgedacht. Dass wir dann ein kleines Highlight-Special machen. So ein Rückblick von den letzten 100 Folgen Prison Architect. So die ganzen anderen Sachen wie Minecraft, Garry's Mod, Space Engineers. Bei Space Engineers und Minecraft bin ich mir nicht allzu sicher, weil ich da auf Partner angewiesen bin, die ja immer mit mir aufgenommen haben. Und ich weiß nicht, ob da die Zuverlässigkeit noch gegeben ist. Deshalb, Leute, habe ich mir auch gedacht, so für das neue Jahr ein bisschen frischen neuen Wind auf meinen YouTube-Kanal zu bringen. Anhand dessen, ich will ein eigenes Intro haben. Das wäre sehr geil, wenn da draußen irgendwie ein krasser Mediendesigner ist. Ich würde auch dafür bezahlen, ja. Ich suche jemanden, der mir ein geiles Intro macht. Ich suche jemanden, der mir ein richtig geiles Livestream-Overlay macht, was an mich angepasst ist, also personalisiert ist, ja. Das sind alles so Kleinigkeiten. Ich will, wie gesagt, neuen frischen Wind auf meinen YouTube- und Twitch-Kanal bringen. Das ist auf jeden Fall der Plan für das kommende Jahr. Ich habe vor, mir Let's Play-Projekte anzueignen, bei denen ich aufnehmen kann, wann ich will. Das sollten dann Projekte wie Prison Architect sein. Ich dachte da zum Beispiel an Factorio oder Alien Isolation oder irgendwelche Let's Plays, die ich halt alleine angehen kann. Weil ich muss sagen, Leute, mich nervt das schon ein bisschen, da immer Aufnahmetermine zu machen. Dann kommen ein, zwei Leute nicht. Dann nimmt man nur zu zweit auf. Und das ist dann immer so ein Stress da, Termine zu machen. Und dann hast du da Zeit und dann kommt da nicht. Und dann noch eine Woche warten und dann wieder aufnehmen. Leute, ich will da ein bisschen selbstständig, eigenständiger arbeiten können und einfach meine Projekte durchziehen, auf die ich Bock habe. Und nicht immer irgendwie auf andere Leute angewiesen zu sein. Natürlich versuche ich hier und da noch Let's Play Together zu machen. Aber hauptsächlich versuche ich den Fokus darauf zu setzen, auf Let's Plays und Projekte, die ich alleine durchziehen kann. Wie zum Beispiel Gary's Modic 2. Staffel. Dafür habe ich auch sehr, sehr viele Ideen gesammelt. Die erste Folge soll einfach nur grandios werden, Leute. Wir definitiv kommen, nur rechne nicht dieses Jahr damit. Ich sage mal, diese krasse Zeit bei der Post jetzt, wo so viel los ist, das zieht sich so ungefähr bis Januar, Anfang, Ende Januar. Und wenn Januar durch ist, dann arbeiten wir nicht mehr so viel. Dann habe ich mehr Freizeit für mich und dann kann ich mich auch wieder den ganzen Projekten widmen. So, das ist der Plan, Leute. Ich sammle auch aktuell wieder Ausschnitte für Livestream, Highlight-Video für YouTube und als Einleitung auf Twitch. Da sind auf jeden Fall einige geile Highlights zusammengekommen. Läuft auf jeden Fall. Es tut mir auf jeden Fall nochmal sehr, sehr, sehr leid, Leute, dass ich echt zwei Monate keine Videos mehr gebracht habe. Es geht halt nicht. Ich brauche dafür Power, Leute. Und wenn ich keine Power habe, dann wird das Video nicht gut. Ich brauche Elan für das Video. Und ich habe den nicht nach dieser Arbeit, Leute. Das ist schon schwere körperliche Arbeit. Man ist danach echt im Arsch. Aber ich brauche halt Kohle. Deswegen die Überstunden. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. So, jetzt haben wir genug Realtalk gemacht, Leute. Für die Guys auf YouTube, bitte deabonniert nicht. Euer Abo kostet euch nichts. Lasst das Abo einfach da, ihr Schweine, ihr kleinen Deabonnierer. Und es wird definitiv weitergehen im kommenden Jahr, Leute. Garantiert safe call. Okay. So, jetzt zu dem Christmas Special Giveaway. Dazu würde ich sagen, machen wir meine Uploads hier mal weg. Und switchen mal rüber zu CSGO. So, meine Werten, da sind wir auch schon in CSGO angekommen. Und es geht um das Christmas Special Giveaway. Jetzt fragen sich die ersten, wann ist das? Ja, es ist am 24.12. Begonnen wird spätestens um 14.30 Uhr. Da wird der Stream gestartet. Ganz kurzes Introducing, ganz kurzer Countdown. Denn spätestens um 14.45 Uhr werde ich Thaler ausschütten. Ich habe hier so eine eigene Währung bei mir im Stream. Die nennt sich Mongo Thaler. Und die braucht ihr, um am Giveaway teilzunehmen. So, damit ich das Giveaway für jeden zugänglich mache. Auch für euch Abonnenten auf YouTube. Wenn ihr auch noch nie im Livestream gewesen seid. Muss ich euch ein paar Thaler geben, dass ihr euch mindestens ein Ticket kaufen könnt. Für das Giveaway. Und deswegen müsst ihr spätestens um 14.45 Uhr im Chat sein. Denn genau um 14.45 Uhr werde ich Thaler an alle ausschütten. Dass jeder das Mindeste hat, um an einem, also an einem großen Giveaway teilzunehmen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, hm, was wird der Mongo Fair Giveaway? Wird es etwa sein Butterfly Knife werden? Nein Leute. Dieses Knife habe ich einmal gezogen. Das war mein erstes Knife, welches ich ever, ever in einer Kiste gezogen habe von CSGO. Gibt es auch auf YouTube im Video. Aber es geht um dieses wunderschöne Messer. Das ist ein Klappmesser. Scorched. Ist ein schönes Bratstück. Ich finde, ähm, das gegen geht. Ist ziemlich schlicht gehalten, aber ist ein cooles Messer. Das geht aktuell weg für ungefähr 35 bis 40 Euro. So, bei mir im Stream sind 10 Euro gleich 100 Thaler. Das heißt, wenn dieses Messer für 40 Euro weggeht, zahlt ihr 400 Thaler für ein Ticket. Natürlich können Leute, die schon länger bei mir im Stream sitzen und schon ein paar Thaler angehäuft haben, die können sich da mehrere Tickets kaufen, um ihre Chancen zu erhöhen. Aber das hat nichts zu heißen, Leute, denn es ist komplett random, wer gewinnt. Es ist komplett random. Ich habe da einen ganz guten Bot am Stüssel. Ähm, und das wird random entschieden. Was ihr dann nur machen müsst, wenn ihr an diesem Giveaway teilnehmen wollt, im Livestream live auf Twitch.tv slash BigMongoStyler, ihr braucht auch einen Steam-Trade-Link. Denn den müsst ihr dann posten, wenn ich euch als Gewinner ziehe. Ähm, und da habt ihr auch nur anderthalb Minuten Zeit für. Wenn ihr dem nicht nachkommt, Leute, dann wird neu gerollt und ein anderer bekommt das Knife. So, das Knife ist aber nicht alles, was ich für Giveaway'n werde. Wir werden beginnen mit dem Knife-Giveaway. Dieses wird, ähm, spätestens, also ich sag mal um 14.45 Uhr kriegt ihr die Thaler. Dann chillen wir noch, machen ein bisschen Smalltalk oder ich gehe kurz auf den Public Duddle kurz. Und dann um Punkt, 15 Uhr, Leute, werden wir das, äh, Giveaway von dem wunderschönen Klappmesser Scorch einleiten. Ja, äh, das lasse ich dann fünf bis maximal zehn Minuten laufen, dass ihr alle teilnehmen könnt, alle drinnen seid und damit ausgelost. Ja, wer auch immer das Knife gewinnt, ich wünsche euch allen auf jeden Fall viel, viel Glück. So, dieses Knife. Dann habe ich natürlich noch ein bisschen mehr. Ist ja Weihnachten, ne? Da muss noch ein bisschen was her, ne? Das kann doch nicht nur ein Knife für 40 Euro sein. Ja, aber dann habe ich mir überlegt, wir hauen noch eine Centicus Fire raus. Die habe ich übrigens auch in einem Case gezogen. Ich bin ausgerastet des Todes, weil ich wollte unbedingt diese wunderschöne M4A1S haben. Ähm, habe ich bekommen, richtig geil. Die hier wurde mir donated. Und, äh, danke nochmal an den Spender. Auf jeden Fall wird es dieses wunderschöne Prachtstück dann auch noch zu gewinnen geben. Ich glaube, der Wert liegt aktuell bei, ähm, 19 Euro. Ja, neun, 19 Euro, so viel? Alter. Okay. Ja, 19 Euro Skin, Leute. M4A1S, The Backflame. Hahaha. Könnt ihr auch abstauben, auf jeden Fall. Äh, dann bin ich noch so am Überlegen. Mal gucken, wie es läuft. Äh, eventuell gibt es noch diese wunderschöne Case Harden dazu gewinnen. Ähm, das muss ich mir aber noch überlegen. Dann muss ich nochmal den Spender fragen, weil der hat sie mir damals vor, ich glaube, einem Jahr oder so gespendet und er hat gemeint, trage sie in Ehren. Und ich weiß noch nicht, ob das so korrekt ist, wenn ich die dann vergeben will. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal das Klappmesser. Und die Centicos Fire. So, ähm, ich weiß auch nicht, warum bei mir hier, äh, allgemein in Steam im Inventar manche Skins nicht angezeigt werden. Aber eine Fleet Floor könnt ihr auch noch bekommen. Das ist jetzt eigentlich ein Billig-Skin. Ähm, ich würde eventuell noch die Golden Koi raushauen. Ähm, also ich, ich schau mal, wie der Tag so läuft. Äh, der Stream wird maximal, also wie gesagt, von 14.30 bis 15.30 Uhr gehen maximal eine Stunde. Äh, da hau ich die Skins raus und dann bin ich auch wieder weg. Denn Heiligabend, Leute. Ähm, dieser Abend, den sollten wir unseren Familien widmen und nicht am PC hocken und streamen, versteht ihr? Äh, deswegen machen wir das auch mittags, nachmittags und nicht gegen abends um 18 Uhr, wie ihr es sonst gewohnt seid. Ja, Leute. Und wenn wir diesen Stream dann hinter uns haben, ähm, dann ist das Wochenende darauf. Äh, der 31. ist am Samstag. Das ist dann Silvester, die Silvesternacht. Da wird es dann definitiv keinen Stream geben, weil ich dann privat unterwegs bin mit ein paar Jungs, was trinken und so weiter und so fort. Der nächste planmäßige Stream ist dann wieder am 7.1. Das heißt, wir sehen uns dann im neuen Jahr, frisch im neuen Jahr, am 7.1. um 18 Uhr auf twitch.tv slash BigMorgenStyler. Das Datum steht fest. Da wird auf jeden Fall gestreamt. Und, ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wie gesagt, jeder kann teilnehmen an diesen Giveaways. Ihr müsst aber spätestens um 14.45 Uhr im Chat aktiv sein. Dass ihr, ähm, die Taler von mir bekommt, mit denen ihr dann beim Giveaway teilnehmen könnt. Also, eigentlich genug gesagt. Ich will jetzt nicht noch mehr reden, um dass das Video unnötig länger wird. Von daher wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns auf jeden Fall am Samstag. Spätestens 14.30 Uhr wird das Stream gestartet. 14.45 Uhr gibt es die Coins. 15 Uhr wird das Knife Giveaway gestartet. Und je nachdem, wie das alles, äh, wie lange das alles dauert, machen wir dann nach dem Knife Giveaway die Chantikos Fire. Nach der Chantikos Fire eventuell hier so eine P2000 Imperial Dragon. Ich weiß nicht. Also, ihr könnt euch auch von mir aus eins gehen aussuchen. Aber natürlich nicht mein Butterfly-Messer. Und dieses wunderschöne Messer auch nicht. Ja, aber, ähm, wir machen das schon. Also, ihr bekommt auf jeden Fall was von mir als kleine Entschädigung dafür, dass ich jetzt zwei Monate kein Video mehr hochgeladen habe. Ähm, wie gesagt, Leute, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Viel Arbeit. Und Mongolino braucht Geld. Und, ähm, die Let's Play-Projekte. Alles wird weitergehen, Leute, im kommenden Jahr. Also, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr dabei seid. Und, ähm, wenn ihr es nochmal doppelt gemobbelt machen wollt, dann schreibt Hashtag bin dabei in die Kommentare. Wird gerne wissen, wie viele Leute ungefähr kommen. Und, ähm, wer nicht kommen kann, tut's mir leid für dich. Aber da wünsche ich euch schon mal ein frohes Fest für die, die ich jetzt am Samstag nicht sehe. Und wenn wir uns dann gar nicht mehr sehen, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Also, das war euer Mongolino, euer Mongolino? Das war euer BigMongoStyler mit einem Video nach zwei Monaten. Real Talk und Giveaway. Also, Genossen, haut rein. Wir sehen uns am 24.12. um 14.30 Uhr auf twitch.tv slash BigMongoStyler. Mehrere Informationen stehen in der Videobeschreibung, wie viel genau welches Giveaway kostet. Und dann haut rein. Bye, bye. Putsch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020